Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Kampf bei Pokémon Techniques auf Nintendo Switch mit mir von der Let's Base als Hobby auf der Suche nach den nächsten Kämpfer zum Vermöbeln oder zum Vermöbeln lassen, weil er weiß. Bis gleich. So, da haben wir den nächsten Kämpfer. Es ist schon wieder Simo, 91 aus Italien. Siege 5.470. Alter, der hat schon viele Siege. Sieht nach meiner Zukunft aus. Gruppe C4 und schon über tausende von Sieg. Diesmal mit Sherogs. Warte schon mal, okay. Eigentlich wollte ich das abbrechen. Ach, komm schon. Nein. Okay, jetzt macht er mich aber Platz hier. Ach, komm. Sherogs ist ja auch schon cool. Alter. Jaaaah! Jaaaah! ich warte nie so lang dass das jeweilige und weg dukt mann ich hätte getroffen hätte dass ich nicht gedruckt hätte ich gewonnen gut sehr schön unfassbar okay danke fürs zuschauen es war wieder ein kampf mit mir letztes als hobby und ja leider ist sieges sieges zug so gesehen unterbrochen na gut okay nächster kampf mal schauen wie es wird wie kennst du bei mir ist kommen zeiten da läuft gar nichts meistens der anfang dann kommen zeiten da läuft es gut und danach kommt wieder zeit und dann läuft wieder scheiße weil ich dann zu lange gespielt habe na gut schauen wir mal wie es beim nächsten kampf wird bis zum nächsten mal tschüss